Hallo und herzlich Willkommen wieder auf der CainCraft und es ist nachts, wieso? Ja Leute, ich bin ein bisschen, jetzt ohne zu lügen, ich bin gerade in diese Richtung gelaufen, dort und dann habe ich der Zuckerrocke von 30 Stück. Zufällig, ehrlich, und mein Essen ist ausgegangen, deswegen brauche ich jetzt neues Essen. So, ich kann aber so zur Nut Brot machen, wir haben noch etwas übrig, aber ich glaube wir brauchen ein anderes Fleisch, damit wir halt, wisst ihr ja, ähm, nicht zu viel brauchen und sowas. Für, reicht uns nicht, dafür hole ich mir später noch mehr. Also, somit haben wir jetzt vier, cool, wir können jetzt ein Schandeltil bauen. Wir haben alles, ja? Dazu gehe ich mal in unseren, ach, hier hin, so. Perfekt, ok, wir brauchen jetzt erstmal ein Buch. Erstmal brauchen wir das hier. So, das können wir einpflanzen, das ist hier. Und wir gehen das nochmal so. Ja, genau. Vier Bücher. Vier Bücher. Ja, können wir eigentlich brauchen wir eins, aber vielleicht später vier Bücherregal. Dann brauchen wir dann, glaube ich, drei. Und dafür brauchen wir dann später vier, viel mehr Leder. Und ich habe vergessen, die Musik kannst du noch machen, das ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wir brauchen jetzt unsere Diamanten. Wartet kurz. Ja, ok, wir brauchen jetzt die hier und unsere, äh, zwei Diamanten, genau. Und jetzt ist so gemacht, so. Jetzt ging, äh, so. Dort ein, dort ein hin. Und oben ein Buch, genau. Perfekt. Ein Zauberbuch. Hab Erfolg, weil ihr schaltet. So. Den stellen wir erstmal hier hin. Und später brauche ich einen extra Raum für ihn, da wo, ähm, gesagt, alles reinkommt. So. Was wollen wir denn entchanten? Gut. Das gucke ich gleich nach. Wir haben mal ne... Joa, schön gute Rüstung. Die können wir schon mal entchanten. Äh, das brauche ich, ja. So. Können wir schon mal entchanten, was wir haben. In der letzten Folge haben wir ja unsere kleine Farm ein bisschen ausgebreitet. Gut. Ich will nur meine Spitzsack entchanten. Stimmt ja, niemand Spitzsack. Hier. Und Lapos Leetsu brauchen wir. Hab ich vergessen. Lapos Leetsu ist hier. Auf was haben wir einen Schaden? Auf 6. Wollen wir einen Schaden? 2 oder? Nein. Gucken wir mal. Wir haben 30. Ja, äh, genutzt dich nicht. Wir haben nämlich Bücherregale. Was ist, wenn ich nach einem baue? Bücherregale? Ich hätte eigentlich Holz und genügend Bücher. So. Ich muss bald wieder Bücher holen. So Bücher haben wir jetzt gebaut. Das stellen wir mal hier neben. Was kannst du jetzt entchanten? Immer noch 6. Und? Halbbarkeitseffizienz ist schon was Gutes, finde ich. Können wir jetzt unsere Rüstung noch ein bisschen entchanten. Nein, die haben wir schon entchantet. F8 gehen wir jetzt mal. Wir machen auf 5. Halbbarkeit. Halbbarkeit ist schlecht. Für Schutz. Explosionschutz. Das ist, glaub ich, so gut. Wenn wir von Creepern und so angegriffen werden. Wir können unsere Schwerte noch mal entchanten aufkommen. Veracht' ihn doch. Schärfe. Ist gut. Unser jetziges Schwert hier am 11. Level noch. Gliedfüß. Da brauchen wir nicht. Wir können unser Schwert eigentlich reparieren. Können wir ihn nicht zusammen tun? Das hier und das hier. Schärfe. Ja. Haben wir jetzt ein gutes Schwert. Schärfe 2. Gut. Ähm. Wir gehen ja auch noch. Ähm. Wer ist Bücher eigentlich? Wir können das vielleicht kaputt machen. Und daraus, ähm. Ähm. Aus den Büchern. Können wir theoretischerweise. Ähm. Können wir theoretischerweise. Andere. Enchanten. Wartet. Haben wir das auf der Zitat? Gut. Wir können andere für, ähm. Bücher rausmachen. Vielleicht mit Halbbarkeit oder sowas. Könnte sein. Oh. Schärfe. Können wir gut gebrauchen. Ja. Können wir auf 1 machen. Effizienz. Und. Formalbarkeit. Und. Schutz. Also. Stärke. Schärfe. Wir können auf unser Schwert glaube ich. Ha. Ich glaube es geht nicht. Wir haben wenig Level. Wir können auf meine Stärke ein bisschen drauf machen. Aber wir haben nur. Schärfe. Können wir ein bisschen Stärke drauf machen. Theoretischerweise. Geht nicht. Leider nicht. Vielleicht ohne. Entschadigen. Warte. Vielleicht mal kurz. Ein neues. Eisenschwert. Probier kurz was aus. In dieser Folge. Und. Ich geh natürlich auch. Vielleicht wegpacken. Äh. Das Holz ist hier zu viel. Und das jetzt. So. Ähm. Können wir jetzt eigentlich. Todstore machen. Mit. Das hier. Und dann. Mit. Stärke. Hä. Wie geht das nicht? Ich glaube ich. Ich habe glaube ich. Zu wenig Level. Deswegen. Aber dafür können wir halt. Äh. Später. Ein bisschen lustiger. Ja. Daran arbeiten. Später. Genau. So. Wir können jetzt eigentlich. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Mal kurz. 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 Bögen. jetzt Level. Unbedingt jetzt wieder Level. Also müssen wir vielleicht auf Erkundungstool gehen, denken wir mal. Mit unserem Pferd Peter. Wo ist Peter? Peter ist... Peter kommt bestimmt gleich wieder. Er ist irgendwo spielen gegangen. Ich finde Spaß. So. Ist ein ganzes Feld voll? Nein, hier fehlt was. Ist glaube ich fertig. Wir werden es nicht alles abmachen, sondern wir werden alles in einem Pferd. Das wäre ein bisschen besser für uns. Damit wir wissen, ja, wir können einfach alles einfach mal wieder abernden. So, wir kommen alles ab. Damit wir ein bisschen mehr Brot erstellen können, erstens. Und damit wir alles gleichmäßig gleichmäßig einflassen können. Dass wir ein bisschen wachsen und sofort dann wieder einen Tag für alles ernten können. Finde ich viel besser. Anstatt immer so, ach da ist was fertig, da ist was fertig. Lieber jetzt fertig zu machen und dann sehr glücklich. So. Wir können Fackeln anbauen in den Säcken. An den Ecken. Hier so eine, du. Die Ecke anbauen. So. Hier natürlich auch. Warte. Und hier. So. Hier liegt noch was rum. Perfekt. Alles gleichmäßig wachsen. So. Hier noch. Damit alles perfekt ist. Vielleicht jetzt mit der Maus klicken. Äh, das finde ich, glaube ich, glaube nicht. Oh. Ich komme nicht raus, um oben fällt. Nicht kaputt zu machen. Fast kaputt gemacht. So. Ich glaube, wir werden uns ein paar fehlen. Ein paar Säzlinge, oder? Was sagt ihr? Ich denke, schon, oder? Nein, jetzt ist es jetzt reichen. So hat es euch gereicht. Gut. Dann verwächst das hier weiter, und... Wir wollen den Weg machen. Erstmal ein paar Brotel noch für mich erstellen. Gut. Jetzt den Weg. Aus Steinen, denke ich mal. Es wird schon langsam dunkler wieder. Dunkel. Das drin. Gut. Können wir jetzt zu essen? Bist Kiste packen. Und dann vielleicht noch Steine holen? Haben wir noch beliebige Steine? Kobbelz, oder haben wir? Okay, auch gebrochen. Ja, okay. Mache ich gleich den Weg, wenn ich geschlafen habe. Wenn wir halt einen guten Weg haben zu der Farm. So. Okay. Wir werden auf gute 5 Minuten, und... Ja, Leute, es kommt ja nicht mehr. 10 Uhr morgens. Es kommt ein bisschen später, die Videos. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und... Ja, mit dem Weg machen wir den jetzt. Hier lang? Ne? Ne, hier machen wir das... Bisschen, dass es so runter geht, hier. So, damit es hier alles schön aussieht, oh. So, damit es hier alles schön aussieht, oh. So, damit es hier schön aussieht, bei meinem Haus, finde ich. Hier... Bisschen, was ist hier? Wir können das ein bisschen verschönern, wenn wir... Zeige ich euch gleich. Okay, hier fehlt... ... noch Steine. Ich muss kurz Steine holen, dann zeige ich euch, wie das geht. Genau, mit meinem... ... Spitzhacken bauen wir halt. Es geht schneller. Ist hier. Stein. Diamant-Spitzhacken. Wenn wir halt hier... ... zum Beispiel... ... oder hier einfach... Es geht... ... wegen richtigem Modus einfach so schnell. Das heißt, abbauen. Aber wir haben sogar 6... ... üblich, glaube ich... ... 6... ... ähm... ... 13 Köln übrig. Wahrscheinlich habe ich 17. Also, wir werden also gleich fertig und... ... ja, da wird die Folge halt so zu Ende gehen. Ihr wisst ja, wie alles... ... vorbeigeht. Zeit. ... ist hier... ... was die Menschen... ... brauchen. Brauchen ja, Zeit. Ist so. Das ist für das Lebens... ... das ist für das Lebens... ... Spaß. Das war nur Spaß, Leute. Nichts ernst nehmen, ne? War nur Spaß, hier. Ich weiß nicht, was ich hier im Block... ... weißt du, hier... ... du hast die Treppen... ... die hier so reingehen, damit sie schön aus, wisst ihr? Das sieht schön aus, finde ich. Das ist so... ... das sieht halt so wie schön aus, finde ich. Ja, okay. Hier noch, da, da... ... die Treppen, die hier so reingelegt sind, vielleicht sieht sie viel schöner aus. Viel, viel, viel schöner. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob dir das auch gefällt? Ja, würde mich auch sehr interessieren, eigentlich. ... mir geht es eigentlich so gut. 24, eigentlich. So. Ich glaube, das wird uns nicht reichen. Müssen nicht noch mehr Steine holen. Ich glaube, hier... ... ein paar noch normale Steine, ne? Okay, wir holen kurz noch ein paar Steine. Und dann werde ich jetzt fertig dann... ... ein paar Steine noch ein bisschen holen... ... damit die Folge langsam zu Ende geht. Und hoffentlich, vielleicht werden wir noch in die nächste Folge wieder... ... in die... ... äh... ... ich weiß nicht, Hölle oder... ... Höhle gehen. Können wir da vielleicht jemanden suchen, oder vielleicht in die... ... ne, da gehen, wenn ihr möchtet. Ich weiß nicht, vielleicht, wie ich Lust habe... ... äh, morgen was zu machen. Ich habe heute Lust, und morgen... ... vielleicht. Ich weiß nicht, habe ich mal... ... aber kann, ich glaube schon. Ich schaffte es, ja. So, reicht es. Jetzt schaffen wir es, halt ich es zu Ende zu bauen. Da, 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 da. Wie machen wir das hier? Ich denke mal, dass wir halt hier... ... Block einsetzen. Und hier auch. Also muss das weg. Dann hier... ... dann hier wem Block. Dann war's das dann. Da hat sich hier gar nichts gelohnt. Was wäre denn, wenn man hier so... ... und das einfach... ... so macht? Viel besser, ja. Sieht viel besser aus. Hier auch dann. Die normalen Steine hin. Ja, sieht viel besser aus. Ja. Also, wenn's... ... gefällt dir, diesen Weg, dann... ... kannst du dir... ... dann schreibt in die Kommentare, ob es dir gefällt, ja. Also, wenn's dir gefallen hat, lass ein Abbot da... ... und vergesst hier nicht zu abonnieren. Also, ciao. ... ...